Hey Leute, ich wollte mich auf jeden Fall bei euch bedanken und zwar für den enormen Support, den ihr dagelassen habt bei Bangra Boogie Emote auf Pigu Keys. Es gab ja den Rabattcode FPZ-YT, da habt ihr das Ganze für 20 Euro glatt bekommen und ich sag mal so Freunde, es ist unnormal heftig, wie viele von euch da Liebe dagelassen haben. Und ich habe jetzt abgecheckt, das allerletzte Mal gibt es eine Verlängerung für diesen Rabattcode, also 5 Euro Rabatt, ihr bekommt den für 20 Euro den Emote und freundet das Ganze mit dem Code FPZ-YT. Also wenn ihr supporten möchtet, schaut gerne vorbei, checkt das Ganze ab und nur noch bis heute, also um genau zu sein, den 3.8.2 Uhr morgens, also bis zum Shop sozusagen. Falls ihr andere Sachen haben wollt, checkt das Ganze trotzdem ab Freunde, hier gibt es sehr viel, ihr könnt die Reviews euch anschauen, das ist alles zu 100% safe, kein Fake oder sonst was. Schaut einfach mal vorbei Freunde, würde mich auf jeden Fall freuen und jetzt geht es eigentlich los mit dem Video. Was geht ab Leute, euer Frapsys hier, heute mit dem neuen Shop-Video und zwar vom 2.8.2020. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir heute in den Shop bekommen werden. Gerne auch meinen Support-Rate-Code FPZ-YT eintragen, wäre auf jeden Fall mega korrekt von euch. Außerdem ist es so, dass wir ja heute den Galaxy-Skin erhalten hatten, beziehungsweise gestern. Die ganzen Sonderangebote sind noch am Start, also schlagt auf jeden Fall zu, solange sie natürlich noch drin sind. Ich denke, Galaxy-Paket wird auf jeden Fall weiterhin drin bleiben. Doch wird es einen neuen Skin geben oder eine, ja, schlechtere Aktualisierung? Schauen wir rein. Okay, oh, okay, sogar direkt, um ehrlich zu sein, ein neuer Skin, den ich so ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Cool, also Epic Games hat gestern Galaxy-Skin rausgehauen, ist einer der krassesten Skins so in der letzten Zeit. Und jetzt kommt noch mal ein paar neue Skins sogar. Ich würde sagen, Freunde, wir fangen natürlich wie immer auf der rechten Seite an und arbeiten uns dann weiter. Fangen wir mit Billy Bounce an. Billy Bounce 500 V-Bucks, finde ich cool, Emote ist entspannt, finde ich. War zuletzt vor 18 Tagen drin gewesen, 19 Mal im Shop. Dann haben wir Tanzpagat für 500 V-Bucks, war zuletzt vor 26 Tagen drin gewesen, 14 Mal im Shop und kostet 500 V-Bucks. Dann haben wir Mystania für 1200 V-Bucks am Start. Ist ein Skin, der jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt muss, war zuletzt vor einem Monat drin gewesen, 7 Mal insgesamt im Shop. Dann haben wir hier unten Ragequid für 200 V-Bucks, nicht so ein geiler Emote, um ehrlich zu sein, aber 200 V-Bucks ist halt günstig. War zuletzt vor 23 Tagen drin gewesen, 14 Mal insgesamt im Shop. Scorpion war zuletzt vor einem Monat drin gewesen, 29 Mal insgesamt im Shop. 800 V-Bucks kostet das Ganze, wenn ihr mögt, warum nicht? Ich finde die besser als die männliche Version, als Amadillo. Also, Eishafen, 500 V-Bucks, 24 Tage lang war die nicht mehr drin gewesen, 21 Mal insgesamt im Shop. Äußerst interessante rechte Seite, aber meiner Meinung nach jetzt nicht so besonders. Über Galaxy brauchen wir gar nicht zu reden, was mir gestern aber nicht aufgefallen ist, aber vielen von euch, was sehr wichtig war. In dem Galaxy-Paket war nicht die Lackierung mit erhalten. Das bedeutet, ihr müsst die separat nochmal kaufen. Und Freunde, die Lackierung ist echt eine 10 von 10, deswegen würde ich euch empfehlen, schlagt auf jeden Fall noch zu, falls ihr das Ganze übersehen habt. Dann geht es jetzt auch schon hier rüber und zwar haben wir hier das ganze Paket von Ruby, Himmelstreiferin, äh, Himmelstreifer, Streifenschlitzer und Ruby natürlich. 1200 V-Bucks war zuletzt vor einem Monat drin gewesen. 31 Mal insgesamt im Shop, finde ich auf jeden Fall persönlich natürlich einen mega geilen Skin. Dann geht es auch schon weiter hier rüber zu den neuen Sachen. Wir haben hier Barracuda, ähm, für 1200 V-Bucks, hat unterschiedliche Stile, die schauen wir uns am besten mal an. Also einmal die ganz normale Version und dann haben wir nochmal die Version hier mit so einem Helm drauf. Ich bin ehrlich, die Version mit dem Helm auf, sieht gar nicht mal so schlecht aus, könnte man eventuell machen. Ähm, schauen wir uns mal die Sachen an, die da noch dabei sind. Dreifachhaken, interessante Spitzsacke, die auch recht günstig ist, 500 V-Bucks. Für so eine ausgefallene Spitzsacke geht in Ordnung. Wellenreißer für 1200 V-Bucks, der sieht auf jeden Fall, um ehrlich zu gestehen, mit der Maske unnormal fresh aus. Oder habe ich nur das Gefühl, bewertet es mal bitte, also real, ich finde den echt fresh von der, der sieht echt driphaft aus. Den werde ich mir eventuell gönnen, muss ich mir aber noch überlegen. Rückenaccessoire geht auch in Ordnung und die Spitzsacke finde ich ein bisschen zu basic. Aber da sie auch 500 V-Bucks kosten, ist es eigentlich vollkommen in Ordnung. Soviel auf jeden Fall schon mal zu dem Battle Royale Modus. Wir switchen in den Rette-die-Welt-Modus und schauen uns natürlich dort nochmal um, was wir denn da so erhalten haben. So Leute, kommen wir auf jeden Fall zu den Röntgen-Lamas. Checken wir das Ganze einfach mal aus, was wir denn hier so erhalten haben. Heute das Wild-West-Lama, interessant. Das kam jetzt ein bisschen spontan. Ansonsten im Gegenstand-Shop ist eigentlich nicht weiter und alles gleich geblieben. Und das, meine Freunde, hat es auf jeden Fall mit dem Video gewesen. Dann würde es euch gefallen, hat es mir gerne mal einen Daumen, da vergesst, sich auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre dann mal raus und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao. Bis zum nächsten Mal.